Guck dich aus! So lange, wenn ich so ein alter Ball in die Vagina kriegst. Ich freue mich mega, wirklich mega, dass du mein erster Gast, der in Bällebad bist. Moment, du hast heimisch im Schlafzimmer deiner Eltern, als sie zurück sind. Deine Eltern lagen im Schlafzimmer, haben am Ende sogar geprobt und du hast da reingekrabbelt. Das, was ich als Mädchen, als Frau, als Dicke und als Lesbe für die Frauen in dieser Nation getan habe, denn plötzlich war da eine dicke Frau und die hat sich auch noch getraut zu sagen, ich bin dann mal lesbisch. Das gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Alle wissen, und dafür können sie mich auch hassen, dass es mir gut geht und es geht mir auch gut, weil ich mich liebe.